Wie immer sehr viel Spaß, schönes Turnier, freut man sich jedes Jahr drauf. Schade, dass wir unseren Titel nicht verteidigen konnten, aber wir haben uns schon dreimal geholt. Es sind natürlich einige, das können wir jetzt nicht alle aufzählen, aber genau das macht das auch raus. So ein Turnier, gerade so ein Hallenturnier, macht immer wieder Spaß und gerade in der heutigen Zeit trifft man sich gerade bei solchen Hallenturnieren immer wieder und trifft den einen oder anderen Kollegen, den man jetzt irgendwo mal in den Jahren auch aus den Augen verloren hat. Da kippt man ab und zu mal da im Stadion vor Ort, beim Bundesligaspiel, beim Champions-League-Spiel. Ich betrachte es natürlich schon mal aus der Ferne, über das Fernsehen, ganz klar und habe natürlich den einen oder anderen Kontakt zu der Mannschaft und zu den Funktionären. Das hat sich ja schon länger angedeutet und deswegen war das jetzt für mich in dem Sinne keine Überraschung mehr. Halbärgerlich jetzt gerade in der Situation, wo man sich gerade befindet, auch das ist nicht wie er gespielt hat, jetzt die Bundesliga-Hinrunde, starke Hinrunde gespielt, halbärgerlich, dass jetzt so ein Spieler den Verein verlässt.